howdy und herzlich willkommen bei einem neuen testtrip video wir werden wieder etwas auspacken und diesmal wieder wifi weil es gilt eigentlich wieder das wlan zu hause zu verbessern erweitern nachdem ich jetzt auf das zen wifi xt 9 natürlich umgestiegen mit letztem mal video verlinke ich hier damit bin ich eigentlich recht zufrieden gerade was den durchsatz angeht und die app alles wunderbar deswegen möchte ich das ganze erweitern mit diesem set hier dass ich gefunden habe das ax 5400 oder wie man es vielleicht eher findet xd 6s was ist drin was kann das wir werden uns alles mal drum herum schauen und warum ich jetzt mich für die erweiterung mit diesem set erschien entschieden habe all das jetzt in unserem unboxing so da haben wir das ganze hier in der verpackung ax 5400 dual band mesh wifi 6 system kein trieband warum weil das jetzt eigentlich nur für die wirklich äußersten bereiche für mich eine verlängerung des wlans ist xt 6s ehrlich gesagt konnte ich nie wirklich herausfinden vor dass es steht super support wall mount das übrigens auch noch wichtig für mich ist halt wichtig es kann wifi 6 es kann alles unterstützen 160 megahertz frequenz und für zwei teile bis 500 quadratmeter das klingt doch vernünftig um das internet ins restliche haus zu bekommen 5400 mbit pro sekunde dual band mesh wifi 6 system für eine nahtlose abdeckung von bis zu 500 quadratmetern unterstützt protection pro netzwerke man kann es also ganz einfach einbinden so rückseite asys und hier haben wir ein paar mehr spezifikationen auf der seite und zwar hat das ganze ein 1 gigabit waren port und einen 1 gigabit lan port also wenn man diese access point nutzen möchte verkabelten access point ich nutze nur als wlan aber man kann es auch als verkabelten access point nutzen falls man die ganzen ethernet kabel bzw lan kabel im haus verteilt hat geht das sechs interne kameras 128 megabyte flash und 512 mb ram 2,4 gigahertz und 5 gigahertz ja sollte natürlich auch hier das gerät können mittlerweile dann all die funk standards wichtig für mich auch ac bis 4333 megabit pro sekunde im 5 gigahertz netzwerk ppa alle sicherheiten alles wird eigentlich unterstützt es unterscheidet sich jetzt nicht sonderlich groß von anderen sets kostet aktuell so um die 180 euro 170 180 im günstigsten fall als doppel set ist also schon günstiger als dieses xt 8 oder xt 9 in der packung xt 6s ja dann ein ethernet kabel oder zwei vielleicht sogar ja power adapter sollten auch drin sein und dann ganz wichtig für mich wall mount kit warum ich habe mit den xt 9 extreme probleme gehabt eine vernünftige wandhalterung zu finden weil es offiziell keine gibt zumindest in europa konnte ich keine finden oder sonst wo ich musste mir selbst im 3d drucker ausgedruckte dinge bei ebay kaufen um irgendwie eine halterung zu bekommen die vernünftig aussieht und selbst die sieht nicht vernünftig aus dieser auf bildern besser aus als in echt und hat ein viel vergilbteres weiß als die wirklichen sen wifi geräte also da bin ich froh dass hier offiziell was drin ist star guide naja gut und die rückseite nochmal kurz instant guard bla 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 kann viel kann überall und wird an die wand montiert windows 11 support drei jahre warranty mac kompatibel supported ipv6 ja gut der erotische klang von folie falls ihr übrigens interesse an meiner meinung zu diesem gerät habt und meine erfahrung nach einiger zeit dann oder auch zum xt 9 ab in die comments ich werde euch dann mal sagen wie es ist erste überraschung schon einmal von den bildern her dachte ich das wäre jetzt eins zu eins das design wie bei den xt 8 oder xt 9 ich kann euch aber sagen die sind viel kleiner und moment wird das jetzt erst mal aus sicherheitsgründen entfernen das messer die sind viel kleiner als die xt 8 und xt 9 dabei dann advanced wifi helper tipp ok wie funktioniert es intel gut alles klar rückseite gab nicht mehr genug informationen für die rückseite app setup instruction ja gut ich habe die app natürlich schon eingerichtet und jetzt hier komm erst mal kurz zur seite graben wir doch in den tiefen nach dem zubehör so es ist tatsächlich ein lan kabel ja dann schrauben und dübel für die wandhalterungen hallo wandhalterungen ich sehe schon webmember was ist daran jetzt vip ich bin vip weil ich die neuesten newsletter von denen bekomme und erinnert werde an updates gott naja wer es mag dann noch safety notice und statement und quick start guide holski ja gut standard kam dann natürlich hier noch die adapter wir brauchen nicht den britischen stecker sondern den äh hier gängigen schuko stecker nennen wir das zwei pin stecker das wird das wird nämlich dann hier einfach reingesteckt und fertig ist was können die dinger hallo kamera lass mich nicht im stich ok kamera lässt mich im stich danke ich lese euch vor 2 ampere 12 volt also 24 watt heißt nicht dass es 24 watt durchgehend nutzt allerdings kann es bis zu und vielleicht werde ich mal messen was es denn jetzt letztendlich zieht das alles wieder rein oh da hat meine gewalt ist auch schon hinten festigt und jetzt die haupt komponente die sind aber süß das ist wie hat ein bisschen was man kennt ihr diese spiele konsolen diese mini gerade gibt super nintendo mini nes mini mega drive mini pc engine mini 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 das hat irgendwie so ein bisschen flair davon das hat so vor das ist wie xt8 xt9 und so weiter nur halt in mini ein bisschen süß süß und da sehen wir auch schon die halterung so das ist ein ganz anderes system als das billige ding was ich habe also hier sehen wir schon mal einmal an einmal waren und input hat gegenüber den großen natürlich ist kein ein aus switch schade gut lüftung schlitze asus und unten produkty bps button habe ich schon lange nicht mehr gesehen bps button ja und das sind die halterung hier nur okay kann man die warum ist die hier nur so eingesteckt keine ahnung allerdings wird die hier nur so eingesteckt eingehakt und dann an die wand gehängt so gefällt mir das ton in ton so muss das sein nummer zwei auch noch wie ich auf dieses set gekommen ist eigentlich ganz einfach und zwar habe ich angefangen mit diesen kleinen kleinen würfeln xt4 xt4 als erweiterung und dann ist das halt so wlan typisch dann fehlt da die funktion man denkt sich ach vielleicht noch zehn euro drauflegen und dann kriege ich bessere geräte und so ging das dann halt immer weiter bis zu diesen dingern hier wo ich dann denke ja gut hier ist wall mount dran die sehen nicht schlecht aus die passen zum rest das wird schon kompatibel sein und ist nicht das billigste was asus zu bieten hat gerade da habe ich gedacht ja gut die warum nicht von denen hat diesmal nicht so viel man sieht nicht so viel warum nicht bla 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 so ein bisschen was von von dem bubble bobble gegner kennt ihr die jedenfalls das war das unboxing so sehen die dinge aus ich werde sie anschließen ich werde sie benutzen ich werde sie bis in die letzten ecken funken lassen und dann hoffentlich völlig zufrieden sein das ganze in der asus app kann ich die eigentlich problem frei hier eigentlich zeigen oder werden wir da private daten angezeigt verbindung wird hergestellt das einzige so ein bisschen dass die app verbindung herstellt hat ein bisschen gedauert so so sieht es dann aus das ist die app und da werde ich verknüpfen ich werde mal schauen wie das am besten ist mit welchem knoten ich das verknüpfen werde das soll es jetzt gewesen sein vielen der physische wohnen lasst ein like da lasst ein kommentar da lasst irgendwas da hinterlasst eure spuren in meinem kommentar bereich oder im like button oder was auch immer bereich ist ein spezielles ein spezieller bereich wlan aber irgendwie finde ich wlan spannend ich mag es herum zu experimentieren zu gucken wie stabil ist es gefällt es mir gefällt es mir nicht verkaufe ich es wieder behalte ich es kann ich es empfehlen kann ich es nicht empfehlen solche dinge halt und ich bin jetzt gespannt auf die sachen wird sie anschließen ich hoffe ihr habt noch einen schönen tag guten morgen schönen abend guten appetit und bis zum nächsten video